Musik Hey Leute, endlich mal wieder eine Folge BrickForce. Ja, ich hab mir heute mal die Orion abgegradet und auch ein bisschen mit der geübt, denn ich hatte eigentlich vor, eine Aufnahme zu machen. Und, ähm, ja, die hab ich dann mit Karin gemacht. Das war ein Rollentauschprojekt. Aber haben wir dann leider... Ja, ich hab mich vergessen zu enden. Ja, also in Karin als primäre Sonderaufnahme zu machen. Und deshalb haben wir 3,4 Stunden Ostern aufgenommen. Das ist so scheiße. Ja, meine Orion hat jetzt zwei ab in Rückstoß. Aber das bringt's wirklich. Ähm, schauen wir mal. Heute nur mein kleines Let's Play, weil ich... Ja, bis heute nicht so viel. Ich musste aber also nur von kleines. Na, ich jump run. Snackern. Nein, danke. Sniper heben. Ah, ah, ah. Okay, spielen. Nein, ich hab meine Viper nicht dabei. Oder? Hab ich sie dabei? Ja, ich hab meine Viper dabei. Oh, da geht er dann. Verdammtisch. Fuck yeah, man. Ich bin gut. Ja, das war eigentlich unnötig nachzuladen, ich weiß. Alter, die zieht so viel Schaden. Uh, der legt hier alle um. Alter! Der hat 31 Kills. Fuck yeah! Da, ist da was im Raum gegangen. Cool. Die Tetschi. FC Basel. Den kenn ich. Nein, du sparsst, lass auf. Ach so. Endlich war wieder mit der Sniper. Ah, 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 ah. Jetzt klaut er mir hier den Kehle-Leser-Spaß. Nein! Ach, das hat keinen Sinn. Ich schwimme da auch hin. Das wird eigentlich nur eine meiner Lieblingswaffen. Ich schaffe mir einen Brickshot. Gut so, Marcel. Ich bin's doch nur. Also ich bin die Kuh. Oh, die ist ja schon gut. Alter, warum haben alle die Kürbisknochen? Der Johnny. Okay, jetzt kann ich wieder auf Distanz gehen. Brickshot. Ich bin wieder ein Brickshot. Egal. Itachi, hat der Johnny gekillt? Ich bin wieder ein Brickshot. Okay, 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 ich bin wieder ein Brickshot. Die lädt eigentlich unwahrscheinlich schnell nach, aber... Oh mein Gott, wie peinlich! Das ist peinlich. Verdammte Scheiße, wie macht er das? Jawohl! Warte mal noch einen kleinen Moment. Und dann nehmen wir hier den mal. Steve minus O zu 842. Oh mein Gott! Okay. 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 Jetzt nehme ich die Haare aus. Jetzt wird es Zeit. Ich hau nicht. Ja. Du habe ich immer gedacht, das ist die beste Waffe. Ja. Ja. Das ist eigentlich ja auch bis, aber... Oh! Ja. Oh! Wie wär's, wenn ich sie wieder auf die Distanz nehme? Oh, ich hab ihn. Ich bin halt doch ein geborener Nadewerfer. Springt sie ab und trifft. Also, was ich mir demnächst zuleg, ist echt die bessere Waffe. Ja! Endlich! Wo ist das Ding? Patonator! Oh! Ah, ich wurde auf Facebook angeschrieben. Aber hier hört's ja nichts. Oha! Ich muss mal kurz ne Pause machen, gleich. Einen Moment. So, das war ein Kumpel von mir, der hat mich gefragt, wie man Game Boy AdWords auf den PC bekommt. Wenn ihr das in die Kommentare schreibt, kann ich euch gerne ein Let's Play machen, wie ihr das macht. Das ist ne ganz schöne Sache. ALTER! Die hat dann nicht übelst viele Feuerhauter. Das ist schon gigantisch. So, und dann hab ich jetzt nochmal ne Nachricht bekommen. Nuuuun. Ich bin einfach ein derbisch schlechter Sniper. Ich bin einfach ein Kumpel. Ich bin einfach ein Kumpel. Ich bin einfach ein Kumpel. Schöne Runde Brick Forst. Leider war ich so schlecht noch 14 Kills. Und da ist jetzt wahrscheinlich meine Karte wieder in den Keller gesunken. Also. Nein! Jetzt ist wieder auf der Hälfte. Merk gern. Ja, wollte mal meinen Zwischenstoffen sehen. Ja. Hier. Ich gehe. Nein. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao. Ciao.